Günter Mayer leitet das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Universität Mainz. Guten Tag Herr Mayer. Ich grüße Sie Frau Willmer. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Wer hat denn jetzt die Militärbasis angegriffen? Es kommen nur israelische und amerikanische Streitkräfte in Frage. Nachdem die Amerikaner das zurückgewiesen haben, bleibt also Israel übrig. Hinzu kommt, dass israelische Kampfflugzeuge ohnehin schon im Februar einen Luftangriff auf genau diese Militärbasis strategisch sehr wichtig gestartet haben. Wenn es aus Ihrer Sicht so eindeutig ist, warum sagen die Israelis dann nicht, dass sie es waren? Die Israelis sagen grundsätzlich nichts über militärische Einsätze über syrischen Gebiet. Es gibt mittlerweile belegt mehr als 100 Angriffe, die von israelischen Kampfflugzeugen oder mit Hilfe von israelischen Raketen in Syrien durchgeführt worden sind. Israel hat nicht einen einzigen Angriff davon bestätigt. Nochmal zu dieser Frage, was ist Propaganda und was nicht? Wie sollen wir Bilder interpretieren, Botschaften? Wir sehen oft Bilder von zivilen Opfern. Wie sollten wir damit umgehen? Nun, man sollte sich vor allem anschauen, wer dafür verantwortlich ist. All diese entsetzlichen, diese grauenhaften Aufnahmen, die wir seit Sonntag über den angeblichen Chemiewaffeneinsatz in Duma gesehen haben, wurden gedreht von den Weißhelmen. Eine sogenannte Zivilschutzorganisation, die von England und von den USA mit weit über 100 Millionen Euro finanziert wird. Sie hat den alternativen Nobelpreis bekommen und damit ein Image aufgebaut, das sie glaubwürdig erscheint. Aber die Hauptzielsetzung ist tatsächlich, solche Dinge zu inszenieren und propagandistisch gegen das brutale Assad-Regime einzusetzen. Es sind immer wieder Kinder, die gerettet werden von den Weißhelmen. Dabei sind genau solche Aufnahmen, wie wir sie jetzt seit Sonntag gesehen haben, laut Presseberichten schon vor etlichen Wochen in der von den Oppositionellen kontrollierten Provinz Idlib von Weißhelmen aufgezeichnet worden. Das heißt, die Macht der Bilder, die ist so ungeheuerlich, dass der Verstand ausgeschaltet wird, dass man nicht mehr nach Logik gefragt wird, dass vor allem auch nicht mehr danach gefragt wird, wer ist tatsächlich dafür verantwortlich. Herr Mayer, noch einmal zum mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Duma. Das ist ja jetzt ein großes Streitthema zwischen den USA und Russland vor allem. Wem nutzt solch einen Angriff? Er nutzt mit Sicherheit nicht dem Regime, das genau weiß, wenn es zum Chemiewaffeneinsatz kommt. Das ist genau der Moment, auf den die USA wartet, auf die Trump wartet, um hier mit einem massiven Militäreinsatz gegen das syrische Regime vorzugehen. Das heißt, diejenigen, die einzig und allein davon profitieren können, sind die Oppositionellen. Und wir haben in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von solchen Fällen gehabt, wo eben gezielt von den Oppositionellen genau so agiert worden ist, unter falscher Flagge ein Chemiewaffenangriff durchgeführt, der dann dem Regime in die Schuhe geschoben wird. Und unter den aktuellen Bedingungen, nachdem Duma unmittelbar vor der Aufgabe steht, nachdem die Rebellen sich schon fertig machen, abzuziehen, hier noch Chemiewaffen einzusetzen, ist absoluter Unsinn. Das widerspricht jeglicher Logik. Vielen Dank, Günter Mayer von der Universität Mainz. Dankeschön. Gerne. Gerne.